Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu WWE 2K16. Wir machen jetzt das letzte Match im Halbfinale bei unserem kleinen Kick-of-the-Ring-Turnier. Mein Gegner, der Revalu. Hallo, ich bin bereit. Okay, und der liebe Revalu ist André the Giant. Yeah, ich bin bereit. Und ich hoffe, mein Traumfinale, André the Giant gegen John Michaels, das wäre ein episches Match. Ich hoffe es. Ja, und schon wieder hat er mal das letzte Match verraten. Ach, das ist so sinnvoll. Ja, ist doch klar. Was? Ja, wenn man das schon mal so denkt, John Michaels ist im Finale. Ja, das wissen die doch heute noch nicht, wenn die gestern das Match nicht geklopft haben. Ja, wenn die gestern geguckt haben, wissen sie es. Aber jetzt, ach, das hielt das mal. Ja, ich hab's verscheid. Eieieieiei. Ach, ja, ja. Echt, das ist schlimm. Aber ist ja sowieso bald vorbei, das Voraussagen, das Spoilern hier. Naja, okay, also Christian gegen André the Giant. Oh, der ist auch scheinbar. Aber wir wissen natürlich, wir wissen natürlich, wie es ausgehen wird, das ist klar. Ich weiß es nicht, ehrlich nicht. Ich glaub, sein Traumfinale wird wahr werden. Und ich hoffe, das Finale werde ich nicht schaffen, denk ich mal. Weiß ich nicht. Der Schermake ist übel. Ich komm mit dem Finisher, ich kann da nicht drücken. Das geht so schnell, du kannst dich blocken bei dem Finisher. Du bist doch zweimal ausgewichen. Ja, aber das war anders. Du hast mich da irgendwie aufgehoben oder sowas, ne? Ja, genau. War das einfach so aus dem Stand, ne? Ja, ja, klar. So. Das ist ein bisschen Ruhe. Oh, Sau. Da kommt auch ein zu schnappteilen Kapitän. Ja, ich hab nichts gedrückt, aber du kannst nicht. Du bist so schwach. Ja, natürlich kann ich nicht. Das musst du doch langsam mal wissen. Nach 25.000 Mal Eintracht der Giant. Ach, Alter. Da drückt dich in die Ecke und kannst keine Chance mehr bei dem fetten Ding. Ne. Und ich muss einfach deine Schulter auskugeln. WVF ist das. Das liegt einfach an den High-End. Das liegt einfach an diesen fetten... Ach, wenn du mal dann immer meine Sachen verquatschen würdest, du blödes Arscher. Für dich ist echt Energy überhaupt nichts. Alter. Alter. Was geht denn hier ab? Was soll das? Oh, was ein Geblocke und Gezappel gerade, liebe Freunde. Ich bin wirklich am Ende meiner Kräfte. Boah. Ich bin auf der Seite. Das ist schlecht. Was? Ja, ich bin auf der Seite. Ja, ich bin auf der Seite. Ich bin auf der Seite. Ach nein, das ist voll Idiot, das ist voll Idiot. Mann. Ich liebe es. Ich liebe es. Diesen geilen... Aber dafür ist halt Rivano auch bekannt, dass der meine Fehlerchen halt nicht ausnutzt. Wie er das vor ungefähr drei, vier Letztes gesagt hat. Würde ich nie teilen. Nie tun. Ja. Nie teilen. Nie, 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 nie. Nie mit dem lieben. Nie mit dem lieben. Oh. Ah, ich... Ach, ich... Und ich rubbel dich über den Boden. Bing, bang, bong. I had to the bolt. Oh, oh. Ja. Oh, erster Move, der geklappt hat. Schön. Ernsthaft. Wie der Fettsack das macht. Er lässt sich wieder packen hier. Boah, das geht mir so auf den Sack. Dieses Rumgestammel von den Wrestlern. Haust du einmal zu, dann brauchen die... Nein. Dann brauchen die drei Stunden, bis die mal wieder eine Aktion machen können, weil die ja... Den Arm, der muss natürlich angemützt werden. Naja, das ist ja. Wir haben dann die Hüfte, ansonsten... Kein Bock. Oh, das war so schön jetzt. Oh, ist das dein Ernst. Ach, guck das doch an. Oh, und der pinnt nicht dabei. Hat er mir das Kreiseln übersehen. Äh, das ist so doof. Ich? Ich hab gedrückt, aber er wollte... Warum ich? Er ist weg! André ist im Finale! Yeah! Wenn ich das somit schon mal jetzt warte, bin ich glücklich. Oh, das war noch schneller, als du mich mal abgefertigt hast, mein Freund. Oh, fast ein Spiel. Aber André ist ein Giant, ist einfach eine Maschine. Fast ein Spiel. Er ist einfach ein Knobbel. Jetzt erklär es mir mal bitte, was du jetzt meintest mit fast ein Spiel. Was? Was meinst du mit dem Satz fast ein Spiel? Bitte erklär mir das jetzt mal. Hab ich das gesagt? Ja, du hast gesagt fast ein Spiel. Okay. Keine Ahnung, Leute, ich hab Energy getrocknet. Manchmal kommen da Wörter raus, die haben keinen Zusammenhang. Ich wollte, glaube ich, sagen, was ein Spiel. Keine Ahnung. Ja, das wollte ich sagen. Was ein Spiel. Also ein Kampf. Ein Grumble. Fast ein Spiel. I like to like to move it. Oh, wow, wow. Yeah, das ist mein Traumfinale. Sean Michaels gegen André the Giant. Und das ganze Match seht ihr morgen. Final. Und, oh, Alter, das wird so hart. Was? Aber ich weiß von, ich weiß, ich will's gewinnen. Ich auch. Oh, Alter. Beende dein Match und wir legen los. Das Finale morgen, ihr Freunde. Schaut es euch an. Wir schreiben es extra groß. Finale. So. Dann bis zum Morgen, meine lieben Freunde. Tschüss. Alter, darf ich vielleicht erst zu Ende erzählen? Ach so. Alter, schreie. Ich rede. Tschüss. Ja. Okay, wenn das so will. Tschüss. Ciao. Ciao.